UNTERTITELUNG Er hat ja nur gesagt, dass du dich ausruhen möchtest. Ich will mich nicht ausruhen. Ich soll dich nicht proben können. Und jetzt zu dir. Wenn er verhammelt. Sven. Vorsicht, steck dir nicht ein. Ich hab Krebs. Kannst du spielen? Frag sie nur, ich bin bereit. Er hat keine 15 Minuten durch. Um sich ausruhen ist alles. Hast du was geschrieben? Wenn's gut ist, nehm ich's. Ich hab im Moment nichts. Wo ist Sven? Ich weiß nicht. Sollen wir ihn suchen? Ja. Nicht so doll, nicht so doll. Hast du denn vor mit deinem Leben? Schreibst du ein Meisterwerk nach dem anderen? Nervt mich nicht. Schreib eh nicht mehr. Und los! Schneller! Ausgeben! 30 Sekunden unter der Zunge lassen und dann kannst du es runterschlucken. Da ist ja Alkohol drin. Prost! Du bist der Schwache. David, mir geht's gut. Ich bin topfit. Es tut mir leid, geht nicht anders. Es geht hier um Sven. Ein Schauspieler, der begehrt wird, das ist ein lebendiger Schauspieler. Weil wenn du ihm dieses Begehren nicht schenkst, wenn du ihm das nimmst, dann tötest du ihn schneller, als jede Krankheit es könnte. Und sagt nicht, dass es dir leidtut! Ihr sagt alle, dass es euch leidtut! Ihr habt keine Ahnung! Ihr habt keine Ahnung! Du sprichst von meinen Schwestern an, oder? Ja. Wenn ich zwei Minuten habe, damit du weggekommen bist. Genau. Du hast recht. Zwei Minuten waren viel aus. Ich muss auf dich aufpassen.